Hallo und Servus, hier ist der Heu-NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karow von stiftungsmarktplatz.eu. Natürlich habe ich mir auch für den heutigen Freitagspodcast einen besonderen Gast eingeladen. Es ist Dr. Oliver Wilhelm. Er ist bei der Solid-Gruppe in Wiesbaden beschäftigt. Und wir zwei wollen sprechen über ein Thema, das mich ehrlicherweise umtreibt, seitdem ich als Journalist angefangen habe im Jahr 2004, nämlich das Thema Edelmetalle. Das Thema Gold. Ich durfte mal die Edelmetallmesse moderieren, habe mit Goldpäpsten über die Goldanlage gesprochen. Jetzt haben wir Inflation, jetzt haben wir tatsächlich eine Zeit, in der wir über Teuerungsraten sprechen, die wir lange, lange nicht hatten. Und plötzlich ist Edelmetall womöglich en vogue, lieber Dr. Wilhelm. Aber ich will Sie natürlich zuerst fragen. Solid-Gruppe, jetzt sind Sie einer der wenigen, vielleicht der erste Edelmetallstiftungsexperte. Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Und wie wird man das Edelmetall-Experte, Edelmetallstiftungsexperte? Also erstmal danke, Herr Caro, und hallo an alle Zuhörer. Ja, freue mich sehr, mit dabei zu sein. Also ich glaube, Goldstiftungsexperte oder Edelmetallstiftungsexperte ist, glaube ich, fast schon zu weit gegriffen. Wir haben, glaube ich, gerade eine neue Beraterkategorie oder eine neue Expertenkategorie geschaffen. Ich glaube aber, dass das Thema Gold generell für institutionelle Investoren, institutionelle Anleger und das ist auch die Zielgruppe, für die ich verantwortlich bin, bei der Solid-Gruppe immer interessanter geworden ist. Mit Sicherheit auch einer der Gründe ist eben die Inflation, wie Sie gerade angesprochen haben. Aber es gibt auch noch andere Themen, auch regulatorischer Art, die wir in der Folge nochmal ansprechen wollen, die, glaube ich, auch Stiftungen da ziemlich in die Karten spielen. Was wir machen ist, dass wir rund um das Thema Edelmetalle anspruchsvolle Anleger, Großinvestoren und eben auch Stiftungen beraten, persönlich beraten. Und ja, das ist so meine Aufgabe. Und zwar beraten dahingehend, wie kaufe ich Gold, was kaufe ich da, wie kriege ich einen Zugang, wie lagere ich es ein, Lagerungsprobleme, eine so eine ganz spezielle Frage. Ich kenne Beispiele von Leuten, die haben, als sie noch verheiratet waren, ein paar Kilo Gold im Garten verbuddelt und als sie geschieden waren, war das Gold nicht mehr da. Klassische Frage. So sollte man es natürlich nicht machen. Da haben wir Lösungen, die auf jeden Fall ein bisschen besser sind, würde ich mal sagen, als Gold ist dann immer noch da. Aber lass uns nochmal vielleicht zu dem Eingangspunkt Inflation zurückkommen. Also ist Gold in Zeiten von Inflation eine gute Idee? Da gibt es ja so verschiedene schöne Vergleiche, so verschiedene Kaufkraftvergleiche, die man heranziehen kann, wie zum Beispiel der Anzug. Das ist der Klassiker, der heute immer noch in Gold gerechnet genauso viel kostet wie vor vielen hundert oder vor mehreren tausend Jahren. Ich habe noch ein anderes Beispiel ausgesucht, sehr spannend, und zwar die iPhone-Gold-Ratio. Was ganz Neues, das haben sich die Marktanalysten von der Incrementum AG einmal angeschaut und die haben gefragt, was habe ich eigentlich in Gold gerechnet für die iPhones in der Vergangenheit und jetzt aktuell bezahlt. Und ich habe mir die Zahlen nochmal rausgesucht, also das aktuelle iPhone 15 Pro ist das, kostet in Gold gerechnet rund 0,78 Unzen. Das sind ungefähr 1.300, 1.400 Euro. Das iPhone 14 war rund 10 Prozent teurer. Ungefähr 0,87 Unzen Gold und das erste iPhone 2007 war deutlich teurer, ungefähr 0,92 Unzen Gold. Das heißt also, ein Goldanleger bekommt heute ein technologisch deutlich höherwertigeres iPhone als 2007 und natürlich auch als letztes Jahr für deutlich weniger Gold. Aber nominal betrachtet, also in der Papiergeldwährung, Euro zum Beispiel oder Dollar, ist der Preis für ein iPhone seit 2007 um über 150 Prozent gestiegen. Also die iPhone-Inflationsrate lag seither bei ungefähr 6, 6,5 Prozent. In Gold betrachtet ist es aber günstiger geworden. Und das finde ich ist ein geniales und sehr greifbares Beispiel für die Frage, ist Gold in Zeiten von Inflation eine gute Idee? Klares Ja. Ich würde sogar sagen, mehr als das. Ich habe noch ein anderes Beispiel, wer 1999, als der Euro als Buchgeld eingeführt wurde, Gold gekauft hat und es gehalten hat seither, der konnte einen Wertzuwachs in Euro von durchschnittlich 8,6 Prozent pro Jahr verbieten. Und jetzt sehen wir auch, warum ich immer weniger Gold für das iPhone zahle. Je besser es wird und das heißt, Gold hat im langfristigen Vergleich nicht nur die Konsumgüterpreisinflation ausgeglichen. Das gilt nicht nur für Technologie wie iPhones, sondern auch für andere lebensnotwendige Konsumgüter, sondern eben auch einen realen Wertzuwachs gegeben. Jetzt muss ich Sie natürlich an der Stelle fragen, was ist denn Gold? Ist es Geld? Ist es the last resort? Was ist es? Also ich glaube, man muss Gold ein bisschen verstehen, um tatsächlich richtig in es investieren zu können. Fragezeichen? Ja, 100 Prozent. Man muss Gold auf jeden Fall verstehen und ich glaube, wenn man Gold versteht, dann versteht man auch Geld. Insbesondere die Form des Geldes, die wir heute haben. Das ist ein Schuldgeld, das ist ein inflationiertes Geld und das ist ja bei Gold gerade nicht der Fall. Also vielleicht mal zu dem Begriff last resort, also sozusagen der letzte Zufluchtsort oder der sichere Hafen. Währungsgeschichtlich gesehen ist Metallgeld die Norm und Fiatgeld die Ausnahme. Ja, also das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Also wir leben jetzt seit gut 50 Jahren, also seit 1971, seit der letzte Goldstandard gefallen ist, in einem Währungsexperiment, also in einem rein ungedeckten Papiergeldsystem. Und jetzt kann jeder für sich bewerten, ob es gut gelaufen ist oder nicht gut gelaufen. Ich würde mal eher sagen, nicht so gut gelaufen. Und Gold ist insofern der sichere Hafen, als es nicht bankrott gehen kann, als es nicht pleite gehen kann, als es immer einen Wert hat und auch immer einen Wert behalten wird, im Unterschied zu Papiergeld. Und übrigens auch allen anderen Formen von Wertzusagen oder Zahlungsversprechen, Geldwerten, Anleihen. Also es gab währungsgeschichtlich über 500 Papiergeldsysteme, die irgendwann alle gescheitert sind. Und daher würde ich sagen, Gold ist definitiv the last resort. Das ist das ultimative Geld und das ist das Spannende eigentlich in diesem Method. Und man muss das vielleicht auch in den Kontext setzen. Wir leben ja momentan in Zeiten, in denen wir über rekordhohe Schuldstände sprechen. Also jetzt nicht nur seit der Corona-Pandemie sind die Schulden explodiert, sondern wir schauen in die USA. Also ja, es ist eine Volkswirtschaft, die vielleicht hier und da funktioniert, aber die haben auch 20 Millionen Schulden. Also das ist ein richtiger Schnaps. Die sind verschuldet, wie alle anderen Länder in der Welt zusammen, so grob gesagt. Und vor dem Hintergrund hat natürlich Gold nochmal eine ganz, ganz andere Wertigkeit unter Umständen. Insbesondere in der langfristigen Sicht, da sind wir dann relativ schnell auch beim Thema Stiftungen. Absolut. Ich glaube übrigens auch, dass ein Geld, das nicht in den Händen des Staates liegt, sondern dass eher die Menschen frei für sich wählen oder für sich gewählt haben, weil sie es einfach als das geeignetste Gut empfinden, dass die Ziele, also Tauschmittel, Wert auf Bewahrung, Recheneinheit, das sind ja so diese klassischen Faktoren, weil es die einfach am besten füllt, dass das ein viel, viel besseres und gutes und gesundes Geld ist als ein Staatsgeld, was am Ende des Tages immer in die Kreditspirale hineinläuft und inflationiert und entwertet wird. Und da hat Gold einfach eine Jahrtausende alte Tradition und einen extrem guten Track Record, könnte man sagen. Was mich dann aber natürlich zu der Frage bringt, jetzt reden wir über digitales Geld. Wir reden über Geld, das auf der Blockchain basiert. Es gibt unfassbar viele Blockchain-Währungen, also digitale Währungen. Der Bitcoin ist die bekannteste Währung. Ich würde jetzt mal ins Felde führen, also Gold ist nicht inflationierbar, es ist nicht beliebig vermehrbar. Wenn ich jetzt 3000 Währungen, die auf einer Technologie basieren, anschaue, dann ist das schon beliebig vermehrbar gewesen. Wo ist denn da mein Denkfehler, beziehungsweise wann könnte denn eine digitale Währung vielleicht auch Gold mal ersetzen? Also gibt es irgendwann digitales Gold? Eine sehr spannende Frage. Also vielleicht mal zum Thema Kryptowährungen mal vorneweg. Also die dominante Kryptowährung ist tatsächlich nach wie vor der Bitcoin. Und ja, es gibt eine Fülle weiterer digitaler Kryptowerte, also Token, NFTs etc. Die nutzen ja alle die Blockchain auf ihren jeweiligen Netzwerken, also diese bahnbrechende Technologie, die dahinter steht. Einige haben eine klare Utility, andere eher weniger. Aber der Bitcoin eignet sich, glaube ich, ganz gut für einen Vergleich. Meine persönliche Meinung ist einfach, dass ein Währungswettbewerb grundsätzlich etwas Gutes ist. Also beispielsweise auch von Gold und Bitcoin. Denn nochmal, ein zentralisiertes Geld oder ein zentralisiertes Staatsgeld führt irgendwann notgedrungen zum Scheitern, weil es einfach durch diesen Kreditmechanismus und die monetäre Inflation in der Verschuldungsspirale der Staaten kontinuierlich an Wert verliert. Das kann bei einem Bitcoin, aber auch bei Gold in dem Sinne eigentlich nicht passieren. Und Gold ist seinem Ursprung nach einfach aus der freien Entscheidung der Menschheit heraus entstanden und gewählt worden, weil es eben genau die Eigenschaften hat, die man gebraucht hat. Und der Bitcoin hat ja auch diese natürliche Mengenbegrenzung, zum Beispiel wie Gold, 21 Millionen. Wobei man weiß jetzt, dass es übrigens weniger werden wird, weil es liegt ganz viel auf irgendwelchen Wallets, wo die Codes oder die Seed Phrases verloren wurden. Ja, da kommt man gar nicht mehr ran. Also da gibt es Berechnungen, wo man sagt, am Ende sind es vielleicht sogar nur 15 oder 16 Millionen Bitcoin. Also noch eine stärkere Begrenzung. Und genauso wie Gold spielt ja auch der Bitcoin diesen starken Gedanken der Dezentralität. Ja, also der Unabhängigkeit von einer staatlichen Autorität, die ja keinen Einfluss auf die Mengenproduktion nehmen kann, wie das beim Gold auch nicht geht. Also da gibt es schon eine Menge Parallelen, aber Gold hat einfach die längere Tradition, den längeren Track Record und ich würde sagen auch natürlich die höhere und breitere Akzeptanz. Aber Bitcoin kann tatsächlich da hinkommen, meiner Meinung nach. Und ja, das bleibt spannend zu sehen. Also das glaube ich definitiv. Ich glaube, dass das ein Thema ist, ist für Stiftung noch ein bisschen weit weg. Wir sind ja, wir machen den Freitags-Podcast ja für unsere Zielgruppe Stiftung. Und natürlich muss ich Sie jetzt fragen, wenn wir über Gold als Investment sprechen, welche Funktion kann Gold in dem Stiftungsvermögen ausüben? Gold hat immer so ein bisschen das Problem, es schüttet nicht aus. Klar, ich kann mir was runterraspeln und das dann eintauschen, dann kann ich vielleicht ein bisschen Geld für meine Zwecke verwirklichen. Das ist aber nicht praktikabel. Trotzdem kann es eine Funktion haben, die sehr, sehr wichtig ist im Stiftungsvermögen. Wir reden über Resilienz, wir reden über langfristigen Kapitalerhalt, über die Erhaltung des Kapitalstocks, über den Erhalt der wirtschaftlichen Stehfähigkeit einer Stiftung. Da kann Gold eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, oder? Auf jeden Fall. Also bitte auf gar keinen Fall runterraspeln. Dann lieber eine ganz kleine Stückelung bis zu einem Gramm wählen, aber bitte nicht am Gold. So eine Raspel habe ich auch nicht zu Hause. Ist auch gar nicht so einfach, da mal an so einem Baren was herunterzuraspeln. Nein, aber jetzt, also Scherz beiseite. Also bei Stiftungen spielt natürlich die Generierung laufender Erträge, wie zum Beispiel Zinszahlung klassischerweise, eine wichtige Rolle, um den Stiftungszweck zu erfüllen. Gold hat, das wissen wir, keine Zinsen, aber losgelöst, sagen wir mal, von diesem technischen Ertragsprofil von Gold, ist das aber gerade ein sehr starker Vorteil von Gold, denn ich habe kein Gegenparteienrisiko. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Gold in den globalen Währungen betrachtet jedes Jahr einen realen Zuwachs erbracht hat. Das heißt, es bringt mir ohne Gegenparteienrisiko, ohne Zinsrisiko, wie zum Beispiel bei Anleihen, einen realen Wertzuwachs. Und das macht es risikoseitig, meiner Meinung nach, zu einem ganz starken Baustein in einem Anlageportfolio. Und das gilt auch für Stiftungen. Daher ist Gold definitiv ein stiftungsgeeigneter Vermögenswert. Jetzt die Stiftungsrechtsreform dieses Jahr bringt sicherlich auch neue Möglichkeiten. Der Stiftungsstock kann ja über die sogenannten sonstigen Vermögen weitere Strategien nutzen. Also zum Beispiel auch Wertzuwächse durch Umschichtungserlöse realisieren. Und hier wollen wir auch in Abstimmung mit Fachkollegen und Spezialisierten Kanzleien das Goldthema näher an die Stiftungsbranche in Zukunft herantragen. Es gibt aber jetzt schon viele Studien, die zeigen, wenn ich schon mit einer kleinen Beimischung von zum Beispiel drei bis fünf Prozent ein relativ klassisches Anlageportfolio aus Aktien und Anleihen Gold beimische, dann bekomme ich ein viel besseres Rendite-Risiko-Verhältnis. Und das ist auch für den Werterhaltungsgedanken des Stiftungsvermögens wichtig. Das glaube ich sofort, das würde ich auch sofort unterschreiben. Es könnte ja auch die Denkart oder es könnte ja eine Denksportaufgabe sein, zu überlegen, wenn eine Stiftung Gold hält, ob sie das nicht vielleicht auch verleihen kann. Also dann ist das, wenn sie Geld verleiht, kriegt sie bei einer Anleihe einen Coupon und bei einem Goldverleiher kriegt sie vielleicht eine Art Gebühr dafür. Das kann ja auch eine Idee sein, wie man im Stiftungsvermögen einen ordentlichen Ertrag, einen regelmäßigen Ertrag aus einem Goldinvestment heraus rekrutiert. Wenn wir über Goldinvestments sprechen, müssen wir natürlich auch ein bisschen über Gold-ETFs sprechen. Also was ich höre ist, dass man sich als Stiftung natürlich mit dem Thema Fonds sehr stark befasst. Da sind wir unterwegs über unsere Voranlageplattform fondfibel.de. Das Thema Gold-ETFs wird ein bisschen schwierig gesehen. Man hat nicht so richtig Visibilität. Könnte das eventuell etwas für mich sein? Was muss ich denn zu Gold-ETFs wissen? Wo würden Sie Gold-ETFs als Anlage, Instrument für Stiftungen einsortieren? Jetzt vielleicht auch im Vergleich zu einer physischen Goldanlage. Also bei uns geht es erst mal um direktes physisches Eigentum, was wir jetzt mit der Solid machen. Ich empfehle da auch immer die physische Lagerlösung mit dazu, gleich mal vorne weg. Das sind dann bankenanbhängige Hochsicherheitslager an verschiedenen Standorten. Kommen wir gleich nochmal dazu. Aber Thema ETF-ETC. Ja, man kann Gold über eine Wertpapierlösung kaufen. Dann habe ich allerdings einen Schuldschein, zwar mit physischer Hinterlegung, aber formell kein direktes Eigentum. Und im Falle von ETCs sogar ein Gegenparteienrisiko, da dort die Edelmetalle kein Sondervermögen sind. Also dann fällt es eigentlich raus? Es fällt eigentlich raus? Also es ist einfach die Risikostruktur, die das mit sich bringt. Und das muss man einfach wissen oder das muss man einfach bewerten. Und bei den ETFs ist es so in Deutschland, dass die im November noch höchstrichterlich in einem BMF-Urteil klargestellt wurde, dass ich bei ETFs formell auch keinen physischen Lieferanspruch gegen den Emittenten habe, sondern wirklich nur einen reinen Schuldschein. Und die Frage ist, ob das das Anlage- oder Investmentprofil bei Gold ist, das ich haben möchte oder nicht. Und für Stiftungen würde ich sagen, dürfte vor allem die Investition in physische Edelmetalle und da sicherlich auch dann mit einer Lagerlösung interessant sein, denn ich muss ja meine Edelmetalle irgendwo lagern. Und die Frage ist, ob die Stiftung das wirklich in den eigenen Räumlichkeiten machen will oder nicht. Also es gibt bestimmt Stiftungen, die haben einen Tresor irgendwo in ihren Büroräumen. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kaufe von mir aus 10 Unzen und ich kaufe in Bachen. Also Stiftungen sind ja, wenn sie ein bisschen vermögensstärker sind, dann doch in der Lage, wenn sie 5% ihres Vermögens dort anlegen, dann ist das ja gleich mal eine Masse, die muss transportiert werden, die muss eingelagert werden. Geben Sie uns mal ein, wie funktioniert denn das? Also genau, die Frage ist jetzt, ob die Stiftung es selber lagern will oder nicht. Also wenn sie es selber macht, dann muss sie halt schon Vorkehrungen treffen. Man muss auch gut vorbereitet sein. Also ich brauche einen entsprechenden Tresor mit einer entsprechenden Qualität, mit einer entsprechenden Zertifizierung, dass die Versicherung das also auch akzeptiert. Muss im Grunde genommen auch den Bestand immer regelmäßig dokumentieren, filmen oder fotografieren etc. Also das ist schon mit Aufwand verbunden. Und auch mit Risiko ist die Frage, ob man das so haben will. Wenn man jetzt das mit einer Lagerlösung macht, dann muss man sich eigentlich um nichts kümmern. Das heißt, ich kann entscheiden, welche Edelmetalle ich haben will, welche Stückelung ich haben möchte. Und dann wird das automatisch in das Lager verbracht, beispielsweise in Deutschland. Es gibt ja auch andere Lagerstandorte, die wir anbieten, auch außerhalb Deutschlands und außerhalb der Europas. Und wird dann für mich dort gelagert. Und die Stiftung hat dann über einen eigenen Account, den sie eingerichtet bekommt von uns, der nichts kostet, die Möglichkeit jederzeit auf die Vermögenswerte zuzugreifen, die Wertentwicklung entsprechend zu sehen. Deswegen ist es dort alles dokumentiert und hat auch über den Account die Möglichkeit, jederzeit die Edelmetalle zu verkaufen. Und was ich halt mitbekomme über die Lagerlösung, ist eben auch eine All-Risk-Versicherung. Das heißt, da müsste ich mich ja sowieso selber darum kümmern, wenn ich sie im eigenen Tresor lagere. Das habe ich alles mit dabei. Also ist immer zum jederzeitigen Wiederbeschaffungswert versichert, muss ich mich um nichts kümmern. Es gibt eine regelmäßige, mindestens einmal jährliche physische Inventur. Durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer wird testiert, muss ich mich auch um nichts weiter kümmern. Und ich habe eben immer echtes physisches Eigentum und immer einen physischen Lieferanspruch. Da muss ich mich also auch um nichts kümmern. Ich glaube, das ist schon der entscheidende Punkt. Ich denke schon. Und dann habe ich bei Solit auch immer noch einen persönlichen Ansprechpartner für Stiftungen auch dazu. Das heißt, wenn es mal Dinge schnell zu regeln gibt oder zu organisieren, gibt es immer jemand, an den ich mich auch wenden kann und der mich da betreut. Ja, das ist uns auch tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil wir sehen natürlich schon, es gibt stiftungsspezifische Fragen. Und zwar natürlich, weil Stiftungen eine spezifische Zielgruppe sind, aber weil jede Stiftung auch für sich anders ist. Und dann ist ein persönlicher Ansprechpartner, der einem Fragen sortiert, der einem so ein bisschen auch an die Hand nimmt bei einem Investment oder bei einer Lösung, bei der Umsetzung. Und dann auch letzten Endes beim Controlling, bei der Dokumentation, ist uns immer sehr wichtig. Deswegen danke für den Hinweis an der Stelle. Und das bringt mich zur letzten Frage, Herr Wilhelm, das muss ich Sie natürlich fragen, Ihre eigene Geschichte zu Gold. Ich habe am Anfang gesagt, Edelmetallmesse, ich kann mich noch gut erinnern, kleine Anekdote. Einmal sind, während einer Präsentation sind die Leute mit einer Schubkarre voll Gold, haben das zugedeckt gehabt, zum Vortrag gekommen und haben das an die Seite gestellt. Und der andere fragte mich dann, als meine Moderation fertig war, sagen Sie mal, der JP Morgan, kommt der denn heute auch noch? Ich habe gesehen, dass der auch da sein soll. Also das sind so, das war 2005, 2006, 2007, war das meine Hinwendung zum Edelmetall-Thema. Und ehrlicherweise hat mich Gold bis heute nicht losgelassen. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig attraktives und schönes Investment, nicht nur um den Hals einer Frau oder im Sparbuch meiner Tochter, sondern es ist einfach ein wahnsinnig interessantes, spannendes Investment, was auch sehr viel über unsere Welt, über den Zustand unserer Welt verrät, muss man mal ganz ehrlich sagen. Deswegen interessiert mich natürlich jetzt zum Abschluss, was ist denn Ihre Geschichte rund um Gold? Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Also ich habe ehrlicherweise gar nicht so die fancy Geschichte mit Gold. Also das mit der Schubkarre jetzt, das habe ich nicht. Die Frage wäre ja übrigens, was diese Schubkarre damals wert war, was sie heute wert war. Ich weiß nicht, wie viel drin war, aber es war zugedeckt, es dürfte nicht wenig gewesen sein. Dürfte nicht wenig gewesen sein. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, die mir einfällt und die auch so ein bisschen mit einer Erinnerung zu tun hat. Und zwar habe ich bei meinem letzten Umzug hier nach Wiesbaden in den Umzugskartons ein Münzbuch gefunden. Das war leider relativ leer. Es waren genau zwei Münzen drin, zwei Goldmünzen. Und zwar eine China-Panda-Münze, eine Viertelunze und eine Unze Krügerrand. Und das habe ich vor 25, 30 Jahren, habe ich das mal bekommen, dieses Münzbuch. Und seither ist das irgendwie immer mitgekommen und mitgewandert. Und ich habe das, wie gesagt, als ich hierher gezogen bin, dann wieder einmal entdeckt und habe das aufgemacht. Und dachte mir so, naja, es ist leider ein bisschen wenig drin in dem Münzbuch mit diesen zwei Unzen, beziehungsweise eine Unze und diese Viertelunze. Aber wenn man sich mal überlegt, was für ein Wert dahinter steckt. Und das halt über diese ganzen Jahre ja aufrechterhalten wurde, nur diese zwei kleinen Stücke Gold, was für ein fantastisches Asset das eigentlich ist. Und es war immer noch da, es ist nichts weggekommen. Also insofern... Und Sie können es weitergeben vielleicht auch mal in Ihre Lieben. Zum Beispiel. Das ist auch immer so ein Thema. Mein Großvater hat mir meine Münze geschenkt. Es war eine Goldmünze, eine kleine, anlässlich der Olympischen Sommerspiele in München 1972. Irgendwann hat er mal diese Münze ausgegraben. Und als wir aus der DDR ausgereist sind, kurz bevor, hat er mir die geschenkt. Die hätten wir gar nicht mit über die Grenze nehmen dürfen. Also wenn eine Grenze, die gefunden hätte, hätte man sie abgeben müssen. Aber er hat sie mir geschenkt. Und das ist natürlich, was habe ich bis heute. Also hat auch einen besonderen Platz. Eine der wenigen Erinnerungen, die ich an meinen Großvater habe. Aber das sind so... Es hat tatsächlich auch diesen Edelmetallcharakter, dieses Immerwährende, dieses Fortwährende, dieses auf ewig. Und dann sind wir wieder beim Thema Stiftung. Die meisten Stiftungen sind auf ewig angelegt. Also müssen Sie sich auch mit diesen Ewigkeitsinvestments auseinandersetzen. Passt Gold und Stiftung noch eigentlich sehr gut zusammen, oder? Passt ziemlich gut zusammen, lieber Willer. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Freitags-Podcast. Hat Spaß gemacht, hier zu Ihnen nach Wiesbaden zu kommen. Ja, gerne. Danke auch. Ich denke, das setzen wir nächstes Jahr nochmal fort. Ja. Weil ich glaube, wir müssen an dem Thema dranbleiben. Ja. Insbesondere die Möglichkeiten aus der Stiftungsrechtsreform resultieren, die Sie angesprochen haben. Ja. Die geben Stiftungen Flexibilität an die Hand. Und geben Stiftungen damit einen Bündel an Möglichkeiten an die Hand. Und eine dieser Möglichkeiten im sonstigen Vermögen, wenn es denn definiert ist, kann eine Goldanlage sein. Ich habe da eine große Sympathie für. Und ich glaube, wir werden das Thema weiter ventilieren, wie es so schön heißt. Super. Ja. Bin ich dabei und freue mich auf jeden Fall drauf. Super. Freue mich drauf. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitags Podcast auf www.stiftungenstärken.de und natürlich da, wo es Podcasts gibt.